Wow, willkommen zurück bei Let's Plays von Spirit of the Ghost und heute spielen wir ein weiteres Indie-Spiel, das wir schon lange mal ausprobieren wollten. Und das machen wir jetzt, das heißt American Chili, hat 351 MB, wenn wir es installiert und ist von den Heneboys, wie wir hier unten schwer erkennen können, aus Bradford. Und die machen offensichtlich die Musik, die wir im Hintergrund hören und es geht wahnsinnig schnell und ist unglaublich laut. Oh, es ist ein Comedy-Horror-Video-Game, das sie für 4,99, 4,99 Dollar verkaufen zur Zeit und die machen auch Musikvideos. Alle Links, die ihr braucht, findet ihr bei mir in der Beschreibung. Ich habe natürlich den Verdacht, dass das erstmal ein Werbespiel sein soll, aber werden wir mal gucken. Och, du meine Güte. How to play. Also mit Maus links ist Left-Click-1, Right-Click-Action, Double-Ahörse, ganz viel Action, okay. Mouse scroll up and down, okay, da haben wir verschiedene Munitionen, Spacebar, Special Action, das probieren wir mal aus. Hidden Buns, muss ich rausfinden. Nö, keine Lust. Listen to the DJ, he will give you tips on how to play. The car does not move. Okay. Somewhere near a nuclear bomb testing site near Area 51. Also wir sind irgendwo in der Nähe von Area 51, dieser Stelle, wo man immer gedacht hat, dass Außerirdische abgestürzt sind in Amerika und da ist eine Stelle, bei der Atombomben ausprobiert werden. Vielleicht, vielleicht nicht. Man weiß es nicht genau. Du bist in der Wüste zwischen Los Angeles und Las Vegas und du bist für 23 Stunden, 45 Minuten, 19 Sekunden ohne Pause gefahren. Natürlich, der Tank ist leer, ich bin hungrig, muss unbedingt schlafen, also fahre ich rechts ran. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich Halluzinationen habe oder nicht. Und natürlich ist der nächste Ort, wo ich irgendwie was auftanken kann, nicht so nah. Don't leave your lights on, you must get to American Chili. Okay, ich muss nach American Chili fahren und ich soll das Licht ausmachen. Ja, okay, das war nicht so gut toll. Oh, and your GPS and your computer just... Oh, GPS geht natürlich auch nicht. Also muss ich entweder das irgendwo... Oh Gott, muss ich es irgendwie schaffen, dass das wieder funktioniert. Da gibt es Scout Club Leute, Aliens, Riesenameisen und andere komische Kreaturen, na super. For the best experience, turn up the volume, von wegen. Ja, um das beste Spielerlebnis zu haben, Sound laut machen und dunklen spielen. Special Guests auch noch. PewDiePie, Markiplier, Avengers Gaming. Okay. Das werden wir mal gucken jetzt hier. Okay, also ich würde gerne zurück. Back to menu. Los geht's. Schauen wir mal, wie wir hier sind. Oh, das gefällt mir schon nicht. Das gefällt mir schon nicht. Okay. Kaktus Leute, da sollen wir hupen, wenn es sein muss. Okay Leute, ich habe Angst. Was ist das da? Dann, was ist dieses... Der Tast, der kann irgendwas? Ah ja, super. Ja, GPS ist kaputt. Oh, Kaktus Leute kommen. Oh mein Gott. Wer bist du? Du schreist her? Sieh mal reise. Hey, Mann. Hey, Mann. Hey, Mann. Okay. Nochmal. 4,99 habe ich in meinem Hinterkopf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ach ja. Ich habe noch verschiedene Waffen, glaube ich. Wenn ich die habe. So, jetzt werde ich mal ein bisschen aktiver hier sein. Ach, das war doof, hier auszumachen. Ah, das? Ah, jetzt versteh ich's. Kann man das Licht anmachen, wenn die Cactus-People kommen? Natürlich ist das Auto kaputt. Ach so, was hab ich gegessen? Jetzt checke ich. Ja? Ja? Die Cactus-Leute schießen mit Nadeln. Ah, irgendwie checke ich's nicht. Also nochmal. Das sind dunklen Spielen da, glaub ich. So, hier oben kann ich nix machen. Das kann ich erst mal essen. Dann hab ich weniger Hunger. So, und jetzt? Honk the horn, hab ich doch gemacht. War ich trotzdem tot. Ja, jetzt kommt der wieder. Ja. Seht ihr die? Ja. Mach das mal da aus. Ja. Ich hanke das Horn die ganze Zeit schon. So, Licht wieder aus. Jetzt komm mal rein da. Okay, ich lese nochmal durch, wie man spielt. Weil langsam werde ich schon frustriert. Also. Ach so, da gibt's ja noch. Left click once. Action stop sound. Ja, haben wir gemacht. Double click left ist auch ne Action. Okay. Scroll up and down. Ich hab ja nicht verschiedene Waffen. Spacebar special action. Ja, schon doof, oder? Ja, okay. Ist egal. Probieren wir's. Let's go. Doppelklicken mehr und mal mit der Leertaste probieren. Special action. Okay. Bisschen zu essen. Doppelklick. Licht an. Licht sollte ich wieder ausmachen. Ja. Ja. Ich probier jetzt mal ein bisschen mehr die Tasten aus. Ich drück hier wie ein Irrer auf alles, was ich hab. Ja. Mach's Lichter schon an, wenn ich's schaff. Okay. Was ist das da? Da sind wir. Okay. Ja. Ich mach hier alles gleichzeitig. Doppelklick. Dreifachklick. Was weiß ich. Licht wieder aus, oder? Ich check's nicht. Okay. Wahrscheinlich bin ich dran gescheitert. Aber die Idee find ich gut. Irgendeine Hard Rock Band. Hoffentlich bin ich jetzt nicht zu nahe getreten, wenn das jetzt Death Metal ist und ich erkenn's nicht. Aber die haben die Idee gehabt, sich auch irgendwie durch so ein... Spiel, das sie da produziert haben. Bekannt zu machen. Wenn man das Spiel besser spielen kann als ich, ist das vielleicht keine schlechte Idee. Ich kann's nicht. Offensichtlich ist das ein Comedy-Horror-Videogame. Na dann. Ja, viel Spaß. Ich leg alles, was ihr braucht, in die Beschreibung und wünsche euch noch viel Spaß mit American Chili. It's killing me. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Spirit. Der Écht. Moist du reistetern. gehen Sie einfach! Vielen Dank.